Das Gedenken beim Verlassen des Hauses Im Namen Allahs Ich vertraue auf Allah und es gibt keine Macht noch Kraft außer bei Allah. O Allah, ich suche Zuflucht bei Dir davor, dass ich irregehe oder irregeleitet werde, dass ich unbeabsichtigt einen Fehler begehe oder verleitet werde, einen Fehler zu begehen, dass ich unrecht handle oder ungerecht behandelt werde, dass ich unwissend handle oder unwissend behandelt werde. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020